Ich bin der Meinung, dass ich eigentlich alles malen könnte. Vermeer könnte ich auch malen. Rembrandt? Genau so. Egal was. Leonardo? Natürlich. Gar nicht schwierig. Gar nicht schwierig? Nee, finde ich nicht schwierig. Eigentlich ist mein Vater schuld, dass ich für Älter geworden bin. Für mich war Malen nichts Besonderes. Das hatte für mich nicht diese Heiligkeit. Welchen Beruf er ausübt, das hat er mir nach drei Tagen gesagt. Ich habe auch so Gemälde gekauft, habe es dann auch restauriert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass die Händler sagten, ja, wenn da jetzt Figuren drauf wären, dann könnte man da viel, viel mehr Geld für bekommen. Wenn das so ist, habe ich mir überlegt, wieso? Malst du es da nicht komplett neu? Das ist schon eine beachtliche Leistung, wie nur ein Mann und kein großes Team, das es geschafft hat, sämtliche Zentralen der internationalen Kunstwelt auszuscheiden. Ja, wir sind Opfer von einem super raffinierten Betrüger geworden. So, jetzt haben wir wieder den Original. Barcelona-Dreck von 1915. Wir wissen ja bis heute nicht, wie viele Fälschungen er wirklich erschaffen hat. Standen sind ungefähr 300. Wir wussten natürlich, dass unser Vater Künstler ist. Wir hatten halt immer den Eindruck, dass er nicht viel arbeitet. Ich hätte 2.000 Bilder malen können und der Markt hätte sie aufgenommen. Es hat immer ein Produkt, um ein paar Millionen Euro zu verdienen. 7.500.000 Euro zu verdienen. Ich wage zu behaupten, dass es einfacher ist, ein Bild zu verkaufen für eine halbe Million als eins für 10.000 Euro. Da glaubt einfach keiner mehr, dass das nicht echt ist. Ich hätte mir so gern Palazzo Venedig gekauft. Ja, dann habe ich den Palazzo Vinicelle getauscht. Ein bisschen aparte, vielleicht. Aber du bist sensibel. Wenn man in ein Museum kommt und sieht dann sein eigenes Bild dahin, denkt man, ja verdammt, jetzt hängst du in allen möglichen Museen rum. Und keiner weiß, dass es von dir ist. Was haben Sie da gedacht, wenn Sie das gelesen haben? Dass da jemand sagt, das ist ein Kampendong, der leibt und lebt und auch noch einer der Schönsten. Ja, hat er doch recht.